Musik So let's go, let's go, let's go 3, 4, 6 Ja, hier kommt zum Glück einige mit Töten wir alle, dann haben wir 20 Kills Das war von Syrians Treyer neben uns Der, der hier landet Ey, bitte, bitte, wieder MPMP, bitte, bitte Nein Oh doch Was, ich hab's ihm kommen Nein, nein Nein, nein Nein Natürlich Schafft das noch eine zu setzen, ey Mann, Mann Was? Zieh mal weh nur noch Komm zu dir Warte, ich nehme mal die Truhe mit Wo ist der? Hinten bei S, beim letzten Neben mir ist auch einer Hab einen Ey, mein Kill, der Der lädt den gerade wieder, ey So ein Mist Oh, ich hab zwei Kills Let's go Oh, hab zwei Kills Let's go Ich hab drei Geil Oh, hab zwei Kills Let's go Ich hab drei Mein alter Schwede Mein alter Schwede Ich hab keine Mets mehr Ja, wo ist das? Hab noch einen Erst weil mir das läuft Hab ihn Ja, geil, Mann Alter Wir haben schon sieben Kills Alter, wir haben schon sieben Kills Läuft Junge, 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 Junge Was ging denn hier in Pleasant ab? Das ist gleich gleich wieder zum Teil Oh, bei mir ist einer Ich hab ihn Natürlich springt er genau dann Slow down Sehr schön Hast du eine? Ja Ne, warte halt unten, zwei WGs Ja Hast du Minis? Nee Aber nimm nicht, nimm nicht weiter Schild Wegen Truck Dann hebst du dir, heb dir auf, heb dir auf Ich will jetzt mal so'n scheiß Ding fliegen Okay, das ist keine gute Idee Oder? Ja Wie schnell startest du damit bitte? Oh. Ja, flieg halt durch. Schön, dass ich überhaupt was hören kann. Aua. Es ist ja wirklich... Es ist ja nicht zu fassen. Ich hab keine Ahnung von den Dingern. Es ist ja wirklich nicht zu fassen. So, ab zum Truck jetzt. Ich hab die Nase voll. Oh, Mann. Ich bin ein bisschen low. 15 Kills, egal. Beim Truck bist du wieder full. So gut wie. Komm her, Truck. Der hat einen Sniper. Ich hab ihn durch den Baum gesniped. Der hat noch viel passiert. Komm her, komm her, komm. Ich hab ihn durch den Baum gesniped. Nein. Ich hab ihn durch den Baum gesniped. Ich bin der Allerbeste. Ja, bei ihm noch. Der ist direkt vor uns. Der putscht uns gerade. Ja. Oder? Hab ihn gefinisht. Ich hab ihn durch den Baum gesniped. Was muss er sich denken, dass ich ein Hacker bin? War das nur einer, aber es sind gerade zwei lang gelaufen. Ah, ja, da ist noch einer. Hier drin, ne? Alter Schwede, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hast du gerade genadet? Ja. Du hast doch das Stamper weggelegt. Oh, mein Gott. Ich hab ihn in die Luft gesniped. Das ist illegal. Ich bin der Allerbeste. Ich bin der Allerbeste. Das ist illegal. Oh, mein Gott. Es würde mich extrem freuen, wenn ihr meinen Creator-Code Megameister13 im Fortnite-Item-Shop eintragt. Es ist kostenlos, Leute. Ihr unterstützt euch damit sehr. Und es verschwindet nach allen 14 Tagen. Also schaut nach, ob ihr den Code noch drin habt. Megameister13. Kurs geht raus an jeden Ehrenmann. Vielen, vielen Dank. So? Ich hab ne Sniper. Ich auch. Über uns. Oh, mein Gott. N, N. Direkt über uns. Komm her, komm her. Komm zu mir. Ja. Wir jumpen auf die drauf. Okay, das geht nicht so hoch. Oh, oh. Ja, natürlich haben wir die Tommy-Gun. Nein, er fliegt weg. Ich bin nicht schlecht. Lass ihn mit da her. Der ist übelst schlecht. Ja. Wo ist er denn da hinten? Der fliegt einfach in den Sturm rein. Hä? Oh, bei mir ist auch niemand. Direkt bei mir. Nein, ja. Ja, die bei mir. Komm her. Über dir ist einer low. Einer down. Nice. Der andere ist hier rechts neben uns. Da sind zwei. Pass auf. Low. Oder wir werden aus der Zaun überholen wird. Da hinten, die an. Pass auf. Ja. Hinter den Bäumen. NW auch, Gegner? Ja, meine ich ja dir. Oh, nein. Ich gönne mir ganz schnell Biggies, okay? Das kann doch nicht sein, dass er mir einen Side-Handshot gedrückt hat. Das ist doch ein Witz, oder? Nein. Und der zu dir? Ey. Das gibt's doch nicht. Also wie lucky war das denn? Egal, Mann. Du holst noch den Sieg. Ja, ich seh den. Ja. Willst du wirklich den Pushing gehen? Jo. Hoho. Der Team ist ein Konsolenspieler. Aber er hat eine Domi-Gun. Alter, warum macht die Zone schon so viel Damage? Oh mein Gott. Krass. Zwei Gegner noch. Die sind vor mir. Nein, die sind über dir. Versuch irgendwie das Mad-Gibs. Er schießt mit Schotenpläte von oben auf deinen Steinen drauf. Nice, Adults. Hallo. Nein. Oh mein Gott. Versuch, wenn es geht, irgendwie Mad-Gibs zu nehmen. Für safe. Ja. Ja, ich bin im High-Ground. Das heißt, ich bin fine. Das sind die letzten beiden, Mann. Hoffentlich hat er Fallschaden bekommen. Sturmgewehr. Tot. Let's go, man ist der Letzte. Jawoll. Junge. Ich hab's dir gesagt, du hast noch den Sieg. Junge, wie viele Kills hast du? Äh, warte, kann ich sofort sagen. Wo kann ich das sehen? Unten. Zusammenfassung, Match, Statistik. Äh, wo denn? Unten in der Mitte steht. 13. Ich hab 11. Alter, 24 Kills. Ja, moin. Dann auch mit meinen geilen Kills, mit deinen geilen Kills. Alter Schwede. Lass'n Like da. Lass'n nach, Bruder. Keiner gut. Megameister 13. Hahaha.